Willst du das? Herzlich Willkommen zu einem weiseren Video auf meinem Kanal. Im ersten Clip hier bin ich in Mischkin unterwegs mit dem Lars und haben einen Spieler gespottet und er erfolgt ihn schön. Player! Wo? Ähm, Officer Paragel. Läuft ihr raus? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Beide, komm, komm. Durch da. Seid ihr zwei Musikbord? Tutelion. Wo ist er jetzt? Er läuft jetzt Richtung, kennst du die, beim Sun Bunker? Bei dem, also Camber Sun Bunker? Alter. Was hab ich denn noch verstanden aus? Im Sun Bunker ist er jetzt, in diesem halbruck da. Der läuft jetzt vorbei, ist beim Zelt da vorne. Vorne dran. Bei diesem kleinen Sun Bunker? Ja, 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 ja. Da vorne dran ist er. Jetzt läuft er rein. Soll ich mal schießen? Auf ihn? Warte kurz. Er ist drinnen. Er ist drinnen. Ich kann den Schuss abgeben. Und im großen Sun Bunker, also im normalen Sun Bunker? Da ist er drinnen, da ist er drinnen. Alter. Er hat den normalen Sun Bunker. Den Ghillie Bunker. Den Ghillie Bunker. Er ist nicht in dem Bunker, wo der Ghillie ist. Also in dem anderen ist er. Okay. Und der, in den, in den Sun Bunkern, den normalen? Ja. Den auch nur das Erfel gibt. Ja, wo es auch am Erfel gibt einen. Da wo die immer alle drinnen campen halt. Also wo, nur eingeschaut. Er läuft jetzt weg, er läuft raus. Nein, das ist er. Scheiße, scheiße, scheiße. Kann ich schießen? Er hat mich gesehen. Pass auf, mach safe, mach safe, mach safe. Er hat da hinten. Ich weiß nicht. Pass auf, ich hole ihn, ich hole ihn. Er läuft, er pusht mich, er pusht mich. Kannst du drauf? Er läuft links zu mir hoch. Ist nach links gelaufen, ist nach links um mir. Ich muss nach links bewegen. Ich muss nach links rum, ist nach links um mir. Alter. Wo? Ich seh dich. Da reicht's Unermö irgendwo so sein. Du hättest gleich hinterher gehen müssen, Alter. schuss auf mich echt ok von wo keine ahnung ich hab das schleifen gehört der rennt weg sind da hinten rennen einfach weg zur richtung wo wir hergekommen sind muss ein anderer sein verfolg ihn das hässliche skop bei mir war gerade so hässlich genauso wie du genauso hässlich ja so richtig hässlich war das sonst konnte ich auch eben nicht treffen es ist an dem dirstrend an dem kleinen da meine alte position meine gebrochen das war aber nicht der wo auf dich geschossen hat pass auf da ist noch ein zweiter hundert prozent schau was er hat AKM in dem nächsten clip hier war ich bin der mischkin unterwegs aber diesmal mit timmy und dann seht ihr was kleine federn die sie alles anrufen können ja ich weiß die sind aber auf jemand anderes sie sind nicht auf mich oben ich sehe einen rennen die ballern sich gegenseitig gerade ab ja ich sehe zwei leute rennen da oben ich bin hier unten und hab mir zu einem marsch bei dir ist der bei dir ist der zahnreiter 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 schluss auf mich ja das bin ich gewesen ich schießt auf mich äh das war ein Zombie ich hab auf ein Zombie geschossen Leute waren auch geschossen auf mich glaube ich hier das bin ich hier am Ende hier das bin ich wo eben ja wir müssen jetzt hochpushen ich glaube ich hab beide down wo bist du? ah hier kommt hinter dem so beide jetzt an Kante und ich finde es schön wo waren die? genau vor mir da oben liegen die ich weiß auch ob sie aufgestanden sind nein so schnell steht man auch nicht auf genau vor mir ja hier ist der Erste der ist tot oben liegt noch einer oben liegt einer meine gebrochen genau vor mir nein der ist tot der ist tot der ist tot ah sorry hier liegt einer da oben hab ich in der Tanne keine Muni mehr der rennt weg der rennt weg im nächsten Clip im nächsten Clip war ich im Prison beim Airfield und draußen waren natürlich wieder Spiele her hat beide glaub ich glaub ich weiß ich net ich hab den einen eine hab ich komplett gerrackt der liegt da drinnen und einen hab ich 5 oder 6 Mal getroffen der sollte tot sein so du bist alles in der Leyen die Hörbeckung er kann man mit der Axt reingeracht was können die leute ja die um die Alte die wird echt krass ich kann hier mitnehmen abzutommen märkt ich will mich mit der waschen er wollte geht es um einen einer nur noch ein aber stellen Leck mich doch! Komm, diese scheiß Zombies! Aber richtig! Man, die dürfen mich ja nicht anhitten! Kommt noch einer an! Sterb doch! Ich sag dir, der kommt gleich gerusht, dann bin ich so... Alter! Fuck man! Du hast Aufnahmen, oder? Jo! Wenn du siehst, dann würde ich schon wirklich Geiles machen! Was hat der für eine Waffe? Eine Blaze mit Handling Scope! Hit! Halt! AKM mit PSO, Alter! Im letzten Clip hier haben wir Celeno gelootet, als er an der Spieler kam! Ja! Bin drin! Ja, ich bin grad am looten! Pouchesu! Hast du auch den Blade Carrier? Ja! Willst du das? Ich bin drunter! Ich bin drunter! Ich bin drunter!